Was sind die einzelnen Schritte des Lösungsverkäufers und der ganz große Vorteil gegenüber dem Produktverkäufer? Beim Lösungsverkäufer, da schauen wir uns erstmal an, welche Anforderungen hat überhaupt im Einzelfall, im Konkreten, unser Kunde. Das heißt, wir erstellen einen sogenannten Anforderungskatalog im technischen versierten Milieu, da heißt es auch zum Beispiel Pflichtenheft oder sowas. Das sagt zum Beispiel schon aus, dass das die Dinge sein müssen, die dann pflichtgemäß auch in der Lösung enthalten sein müssen. Und das kann man entweder, das kann der Kunde alleine machen, da gibt es zwei Möglichkeiten, der Kunde kann das selbst machen. Oder gemeinsam, also in diesem Katalog, da sind dann zum Beispiel sowas wie Use Cases, also zum Beispiel in einem CRM-System, zum Beispiel Vertriebler XY, der geht zum Kunden, hat dann einen Besuchstermin. Ja, dann wird das so und so erfasst, dann gibt es das CRM hier und dort und 1, 2, 3 Leute haben dann jeweils auch noch Zugriff auf diese Informationen und so weiter und so weiter. Also je nachdem, ganz individuell und das ist halt häufig so, dass eben, und hier kommt das Thema Lösungsverkauf sehr stark mit rein, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt. Das heißt, der Kunde hat zum einen, entweder macht er dieses Ganze selbst, dass er quasi sagt, okay, unser Problem ist jetzt nicht unbedingt zu verstehen, welche Anforderungen wir haben. Also das, unsere Probleme zu kennen, das ist nicht unser Problem. Das heißt, das können wir sehr gut zu Papier bringen, ja, in Form eines Katalogs, Anforderungen des Katalogs und dann suchen wir eben uns in externen Dienstleister, IT-Agentur etc., die das mit unseren gesamten Einsam, diese Use Cases hier basiert, in die Praxis umsetzen. Ja, das Ganze Programmieren, Customizing und Konfigurieren. Es gibt aber auch die zweite Möglichkeit, dass der Kunde letztendlich selber nicht wirklich weiß. Also es ist häufig auch so, dass der Kunde sagt, ja, wir wissen zwar sehr, sehr stark, wir haben Probleme, aber wir haben eigentlich gar nicht so richtig eine Idee, was alles in so einen Anforderungskatalog reingehört. Gut, ja, und dann machen die das gemeinsam und hier sucht man zum Beispiel auch dann häufig einen IT-Berater. Ja, und hier ist das Zauberwort Neutralität häufig. Neutrum, ja, neutral. Also Neutralität dahingehend, also die sogenannte agnostisch, ja, ich kürze das mal hier ab, mit agnos, also agnostische Herangehensweise, dass man sagt, wir schauen uns jetzt mal wirklich nur das Problem an, ja, die Anforderungen, die nötig sind, die schreiben wir auf dem Papier, das Pflichtenheft erstellen wir gemeinsam, um diese Probleme zu lösen und uns interessiert jetzt erstmal noch überhaupt gar nicht, welche, wie in dem vorigen Video beschrieben, welche CMS-Lösungen es da gibt, Produkte, ja. Ja, das heißt, wir wissen zwar auf der einen Seite, auf den im vorigen Video genannten Gründen, dass wir definitiv eine Standardsoftware wollen, die wir dann customizen, konfigurieren. Also wir wollen jetzt hier nicht von Grund auf individuell eine Software selber programmieren, das ist überhaupt nicht notwendig. Wir wollen also davon profitieren, dass es wirklich gute Standardsoftwares gibt, ja, PIMs, eShops, CMSs, egal was, ja, IT-Security, alles Mögliche. Dann, aber wir müssen das natürlich dann so anpassen, dass es für unser Unternehmen Sinn ergibt und dazu brauchen wir diesen Katalog und dazu müssen wir verstehen, welche Probleme wir eigentlich haben. Und wenn wir das nicht wirklich fähig sind, das alles zu verstehen, dann bräuchten wir idealerweise einen IT-Berater, der uns dabei unterstützt, in einem agnostischen Herangehensweise, also agnostischer Ansatz, das heißt, mir ist erstmal überhaupt völlig egal, schnutzpipig, egal, welche Lösungen es da draußen gibt, fertige zum Kaufen, ja, Salesforce, Adobe, Comedia, Sidecore, SAP, egal wen, so wir schauen uns erstmal nur das an. Was ist das Problem und was müssen wir tun, um diese Probleme optimales zu lösen? Und wenn wir das alles fertig haben, dann gehen wir erst in die nächste Phase und diese Phase ist dann letztendlich die Anbieterauswahl. Ja, und das sind letztendlich zwei völlig voneinander getrennte, in dem Fall, in dem Szenario, völlig voneinander getrennte, ja, Phasen. Ja, warum ist das so wichtig? Weil natürlich man vermeiden möchte, dass man mit jemandem spricht, der zu 100% davon abhängig ist, dass er eben nur eine ganz bestimmte Produktlösung eben verkauft. Ja, Sidecore, Comedia, Adobe, SAP, Salesforce, Microsoft, egal was. Also wenn du quasi mit einem 100%igen Microsoft-Unternehmen sprichst oder mit Microsoft direkt, dann werden die dir immer versuchen, Microsoft zu verkaufen. Das sind sie ja quasi verpflichtet. Und in dem Szenario 2 hier, das ist sozusagen das Szenario 1 und in dem Szenario 2 ist es letztendlich so, dass sie von außen Hilfe suchen, um ihre Anforderungen zu verstehen. Und das wollen sie natürlich erst mal agnostisch. Dann gibt es natürlich hier noch das Szenario 3. Eigentlich im Grunde gibt es noch ein drittes Szenario. Also, ja, und das ist letztendlich, dass sie ihre Anforderungen selbst nicht verstehen, natürlich, ja, also auch gemeinsam. Das heißt, sie suchen hier auch eine IT, also Beratung. Ja, sie suchen hier auch Beratung. Sie suchen hier auch Beratung. Auch einen IT-Berater. Aber keinen Agnostiker. Sie sind hier quasi schon dediziert. Sie suchen hier quasi einen dedizierten Berater, zum Beispiel auf, ja, was weiß ich, Sidecore, SAP, Microsoft. Ja, warum? Weil sie die Lösung schon im Einsatz haben oder eine Lösung des gleichen Herstellers und diese bereits gesetzt ist. Das heißt, das sind alles Dinge, die muss man natürlich im Zuge der Neukundengewinnungsprozesse, wo wir auch übernehmen für unsere Kunden und so weiter, in den ganzen Gesprächen und so weiter, alles eruieren. Um das sozusagen dann so gefiltert dann auch wiederzugeben zu können, ja, und hier genau zu wissen, mit wem habe ich es zu tun. Ja, wo liegen die Opportunities? Ja, wo liegen die Opportunities? Suchen die nach agnostischen Beratern? Suchen die nach dedizierten Beratern? Sind die quasi schon von der Herstellerebene her gesetzt? Oder ist das eine Sache, die erst sozusagen getrennt ist von den Anforderungen, ja? Oder ist das eine Sache, die quasi verschmolzen ist, weil das eben schon gesetzt ist? Und das ist super wichtig, wir sind wieder beim Thema Lösungsverkauf, dass ich eben verstehe, okay, was ist die bestmögliche Lösung für meinen Kunden? Und ihm diese Lösung verkaufe, das heißt, mal ganz banal ausgedrückt im alltäglichen Leben, wenn jemand zum Hagebaumarkt geht oder zum Obi und kauft sich irgendwie ein paar Nägel und einen Hammer, dann kann ich ihm die Nägel und den Hammer verkaufen, aber ich kann ihm auch sozusagen das fertige, an der Wand hängende Bild verkaufen, ja? Das ist halt letztendlich das Resultat, ja, das ist letztendlich die Lösung dadurch, ja, ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel sagen, lieber Herr Kunde, Sie können sich jetzt hier einen Hammer und einen Nagel kaufen, ja, oder wir können gemeinsam mal bei Ihnen zu Hause vorbeischauen, genau analysieren, wo, welches Bild am besten hinpasst, ja, wenn ich zum Beispiel von Design eine Ahnung habe, ja, Software Design, Usability und so weiter, dann würden wir Ihre Frau vielleicht überraschen, was für eine tolle Raumordnung Sie haben und dann, keine Ahnung, Interior Design und dann hänge ich Ihnen das Bild sowieso auf, auch noch mit dazu, das ist meine Dienstleistung, ja, und dann haben Sie genau das bestmögliche Resultat, ohne sich jetzt groß Gedanken darüber zu machen, wie, wo, wann jetzt, wo da die Stromleitung verläuft und so weiter, da müssen Sie sich alles keine Gedanken machen, das heißt, Sie sagen mir einfach, welches Bild Sie an der Wand hängen wollen, haben und ich mache das Ganze für Sie. Letztendlich ist sozusagen, das wäre die Dienstleistung jetzt ganz banal gesagt, für denjenigen, der letztendlich in den OB kommt, wollte eigentlich nur einen Nagel und einen Hammer kaufen, ja, ähm, letztendlich interessiert Ihnen weder den Hammer noch den Nagel, Ihnen interessiert das schöne Wohnzimmer mit den schönen Bildern, ja, dass er sich mit seiner Frau da im Sofa setzen kann und Netflix gucken und das sieht einfach toll aus. Und das ist halt sozusagen das, was du letztendlich als Lösungsverkäufer immer im Kopf haben musst, ja, was ist die, was ist letztendlich das Endziel, also das bestmögliche Szenario für meinen Kunden, verstehe ich das, vielleicht im Idealfall verstehe ich das sogar noch besser oder kann es mir besser vorstellen als mein Kunde selber, weil mein Kunde letztendlich durch diesen ganzen Prozess von Problem zur Lösung letztendlich nur einmal alle paar Jahre geht. Das heißt, ein Unternehmen füllt einmal einen E-Shop ein, wenn er noch keinen hat und behält den im Durchschnitt, was sind da so die statistischen Werte, behält den im Durchschnitt fünf Jahre und dann löst er den ab oder irgendwie sowas komplett. Dazwischen sind die Versionen, die natürlich immer wieder abgegradet werden, alle Vierteljahre oder alle Jahre oder sowas, aber so einen kompletten Remake, so einen kompletten Relaunch findet in der Regel alle vier bis fünf Jahre statt. Beim ERP-System ist es alle acht bis neun Jahre, das sind so verschiedene statistische Werte. Das heißt, der Kunde, also ein Unternehmen, ein Maschinenbauer, ein Großhändler, ein Pharmakonzern, der macht sowas alle paar Jahre einmal. Du als IT-Dienstleister, als Experte, wo du jetzt zum Beispiel Vertriebler bist oder Vertriebsleiter, du machst das die ganze Zeit. Du gehst durch diesen Vertriebsprozess permanent. Das heißt, du im Idealfall hast mehr Ahnung von der Lösung für deinen Kunden als der Kunde selbst. Und vielleicht sogar von seinem Geschäftsmodell oder von dem Geschäftsmodell, wo er hin will. Aktuell passiert ja auch so viel im Markt, dass so viele Geschäftsmodelle quasi infrage gestellt werden, nochmal neu betrachtet werden. Das Thema Umstrukturierung. Also wenn du, sagen wir mal, heute tausend Firmen anrufen würdest, dann würden dir 995 Firmen irgendwas von Restrukturierung erzählen. Umbruch. Jede Firma ist im Umbruch. So, was ist jetzt hier sozusagen die Downside von dem Ganzen? Die Downside ist natürlich hier, das ist das ganze Thema, die Dauer. Ja, das ist umrahmlich mal rot. Natürlich ist von der Dauer her, dauert es etwas länger, diesen ganzen Prozess durchzulaufen mit deinem Kunden, der vielleicht entweder oder, ja, seine Anforderungen selber macht oder noch gar keine Anforderungen hat oder dabei ist oder, wie gesagt, gemeinsam mit ihm machst. Ist ja völlig klar. Bis es dann hinkommt zur Implementierung der Lösungen und so weiter und so weiter. Ein viel längerer Weg, als wenn du einfach nur sagst, ich verkaufe jetzt hier Antivirus-Software. Ja, ich habe hier einen Leitfaden, da setze ich jetzt, hat eine, sagen wir mal, weniger qualifizierte Insight Sales-Kraft hin. Und die rattert den Leitfaden durch und sagt, naja, wie viele Lizenzen haben sie, wann haben sie zum letzten Mal abgegradet, wie viele Notes, ja, wie viele Endpoints, also wie viele User haben sie, ja, wie viele Server haben sie und wie viele Standorte und da, 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 da und am Ende mache ich dann den Preis und kalkuliere das. Dann gibt es vielleicht einen Rabatt oder nicht und dann, ja, und dann einfach, so geht es halt einfach durch. Also ich habe früher viel mit Antivirus-Software-Lösungen, Anbietern zusammengearbeitet. Die hatten dann teilweise Insight Sales-Teams dort und von mehreren Dutzend Leuten. Die haben den ganzen Tag nur ihren Leitfaden durch und die haben eigentlich von IT-Security in der Tiefe null Ahnung gehabt. Ja, auch nicht wirklich von den Problemen, die Unternehmen so weit, so quasi in der Tiefe irgendwie bezüglich IT-Security haben. Ja, und das ist meiner Meinung nach ein Auslaufmodell, weil alles, was quasi von einer minderqualifizierten Sales-Kraft übernommen werden kann, quasi in einen Standard, in einen hochstandardisierten und automatisierbaren Vertriebsprozess reingepresst werden kann, ja, in Leitfaden, in wenn das, dann das, wenn das, dann das, wenn das, dann das. Und es gibt fast keine Komplexität mehr in diesem ganzen Vertriebsprozess. Das kann ich theoretisch auch so weit automatisieren, ja, also die Tools sind alle da und werden auch immer, immer besser. Ja, ich könnte theoretisch sogar ein Bot, ein Messenger-Bot quasi so programmieren mittlerweile, dass er das meiste davon quasi auch vollautomatisch macht. Und die Person, also der Kunde hat das Gefühl, ich spreche oder ich chatte da gerade mit einer echten Person, das ist aber gar nicht der Fall. Und nur wirklich, wenn es wirklich komplex, etwas komplexer werden sollte, aber in, ich sage mal, in einem von...